Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Da ich momentan aber nicht zu Hause bin, kann ich leider den Shop nicht kommentieren. Ich zeige es aber trotzdem im Shop und auf jeden Fall seht ihr hier jeden Tag den neuen Shop, das heißt abonniert gerne. Jetzt gehen wir aber direkt auf den neuen Shop. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.